So, herzlich willkommen mit einem heranstürmenden Ending, der schon zu früh angefangen hat, bevor wir aufgenommen haben. Ich war's. Ja, Ending wird euch jetzt erklären, wieso hier jetzt auch einmal Klavier C wieder spielt. Ja, es ist nämlich so, ich spiele jetzt nämlich eigentlich der Larske Ding, die Admirer, das heißt meine eigene Mannschaft, Treffen aufeinander. Ja, ich habe mich für den Larske entschieden, den zu spielen. Dadurch muss mein Gegner, der liebe Fanggeber, der es immer sein wird, einen um die Platzierung, also geht es dann um die Liga-Platzierung, stärkere nehmen. Das ist in dem Fall Platz Nummer 11 der WRC. Für den ist das dann quasi wie ein Testmatch. Genau. Und der Larske muss sich jetzt mal durchsetzen hier. Der Larske hat sich durchgesetzt gegen Kara Büxboer in letzter Sekunde. Und, ja, Diatmir hat sich 2 zu 0 gegen Innsbruck durchgesetzt. Ja. Was das Positiv an so einer Kampfbegegnung ist, wenn die eigenen aufeinander treffen, eine kommt fix weiter. Ja. Alter, Schiri. Danke, Schiri. Danke, Schiri. Boah. 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 Ah, die Scherz! Was ist das? Da gab es noch voll. Da rie da. Ah, schön, schön aus der Zeit. Da habe ich eigentlich schon dringend gesehen. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. Oh, schöner Haken und schön Leimer. Oh, und schön verhunzt. Leimer, gut aufgepasst. Ja, wer wird der vierte Viertelfinalist sein? Wird es Außenseiter an Mira oder doch der favorisierte Lask? Der hat einen verdammt guten Schuss, finde ich. Ja, der war perfekt aufgelegt. So was hat sich da Rieder nicht entgehen. Der jetzt auch den Cup trifft somit. Einer, der um und auf in der Offensiv war das Lask. Ja, gegen den Spielverlauf eigentlich. Weil die Admira hat zum Drücken angefangen. Das war, glaube ich, ein bisschen abgefälscht. Ja. Das war, glaube ich, ein bisschen abgefälscht. Ja. Das war so cool. Ah, schön. Aaah. Linde? Oh, das war knapp für Böh. Ah Oh mein Gott Lidl Das war sogar, glaube ich, das war ein grüner Schuss und der hat nicht gut, ist nicht, uh, ganz gut angekommen Oh, der war wichtig Oh, da bist du stehen Ja, das gibt er Hat er sich aber leicht fallen lassen Richtig provoziert Direkt versuch Oh, weit vorgelegt Oh, schade Ja, die Ambitionen sind da von Admirer Schau mal, was die da unten machen Ja, ich weiß Ich will den dort ziehen, aber geht nicht Ein schwerer Abwehrfehler Was ist das, was im FIFA geht, ist auch wunderlich Bitte? Das ist eigentlich ein schwerer Abwehrfehler Ich meine, der hebt ja das ganze Abseits dann quasi auf Wenn der hinter diese Linie geht Ja, also quasi mitzieht, was du mit dem Spieler reinrennst Na gut, muss was getan ein bisschen werden Ganz zufrieden ist man nicht, aber man ist schon noch zufrieden mit dieser Führung Oops Oops Ich bin für dich, dass ich noch nicht ganz Oh, schade. Oh, schade, 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 schade. Ja, Hand gibt aber 11 Meter. Oh, der rätzt immer die Ecke, Alter. Das ist wohl nicht so lange drauf, als in die Ecke. Das sieht man, oder was? Ja, am Kopf des Spielers. Noch nie bemerkt? Nein. Der schaut immer in die Ecke. Okay, wo ich hinschieße. Okay. Jetzt aber. Und das war schön. Echt, der schaut in die Ecke? Ja. Aber ich kann auch nicht mehr verziehen, wenn ich einmal schieße, oder? Nein. So lange bist du, bis er draufhaut, kannst du noch wechseln. Es ist halt schwer, so zu schießen. Okay. 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 Bye. Weißt du, was das bei WS ist? Genau mit dieser Aufstellung bin ich beim WRC letztes Jahr nicht zurechtgekommen. Oh. Oh, schön. Oh, das war aber. Nein, jetzt wollte ich das zu viel einfach. Meine Hand war da, aber zu wenig. Ich war viel zu schon mäßig gefallen. Oh. Oh. Oh mein Goooooooott. Er schießt nicht, er schießt nicht. Oh, das war schön jetzt. Der hat es schön gemacht, ja? Oh. Das hat er schießt nicht gemacht. Aber das war jetzt schön. Ich weiß nicht, warum er den so aufgeregt hat, aber dann hat er sich schön selbst aufgeregt. Na, du kannst ja eigentlich noch. Oh. 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 Oh, das war jetzt sehr riskant, das war sehr riskant und das dürfte es sein. Oh, du Bagnou! Ja, das war jetzt dumm. Ja, das war jetzt dumm. Ja, das war jetzt dumm. Oh, das war jetzt dumm. Ah, ich habe noch ein paar Geblieben. Ah, ich habe noch ein paar Geblieben. Ja, jetzt wollen sie das absichern. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Sehr genau, deswegen drücke ich nichts vor. Na, das schaut gelaufen aus. Oh. Boom. Boah. Jetzt ist es. Ja, verdient aber, muss ich sagen, verdient. Puh. Schönes Tor. Micho, Lars setzt sich also ins Viertelfinale. Okay. Ah, jetzt habe ich gedrückt. Okay. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Mach's gut. Tschau. Bis zum nächsten Mal.